Hey Leute, Willkommen zurück hier zu Waffenmeister in der Donja-Festung. Heute werden wir einfach mal so eine richtige Yolo-Runde starten. Wo wir einfach mal drauf loslaufen und alles killen was sich bewegt, einfach mal herumlaufen und alles zerlegen, sag ich mal. Und wir dürfen auch schon anfangen, dass wir losgehen. Ja, da drüben waren eigentlich Gegner. Hier unten sind sicher auch irgendwelche. Ach komm. Okay, also die Donja-Festung ist ja für das nicht gerade ein bisschen geeignet, aber das ist immerhin möglich. Also wo sich so einfach kills mehr abstauben. Letztens hatten wir ja schon eine so, naja, Camperrunde kann man nicht sagen. Wir hatten probiert einfach mal ein bisschen passiver zu spielen. Allerdings machen wir das so langweilig. Deswegen machen wir jetzt das hier. Und... Ja... Bisschen noch Brune erfüllt. Hm... Noch keine Gegner in Sicht. Wir laufen von vorne, dann weiß ich, ob der Gegner sind. Ja... Den haben wir. Oh, ist einer von uns. Muss ich die Augen wieder ein bisschen weiter aufmachen. Oder ein bisschen lauer hinsehen, sagen wir so. Ja, also irgendwie lag es heute schon wieder. Keine Ahnung warum, aber ich glaube das liegt am Aufnehmen. Ach komm, Hilfe bei Kill42. Wir fallen schon wieder sehr weit nach hinten. Also... Gefällt mir überhaupt nicht. Ab nach oben. Hm... Ich weiß nicht, ich finde Donnerfestung gar nicht so gut. So, den haben wir. Der Laserpointer. Ja, lasst mir mal an. Der Laserpointer. Obwohl man jetzt total Suizid. Obwohl man jetzt total Suizid. Ähm... Von wo bitte? Ich verstehe das einfach nicht. Du stehst hier. Du stehst hier. Und stirbst. Und keiner weiß von wo. Oder wieso. Oder wieso. Na ja. Hmhmhmhm. Ach komm. Das. 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 regt mich einfach auf. Du läufst los. Siehst drei Gegner. Müssen auf den einen noch nicht schießen. Weil der Hintern zweiter ist. Was passiert? Der eine dreht sich zu dir und kill dich. Das. Das ist einfach die pure Verarschung. Das ist einfach die pure Verarschung. Dann noch mal mit einem Schuss diese Distanz. Für deine Shotgun. Da muss man ja mal mit einem Schuss bringen. Ach komm. Das. 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 Die. 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 Das. Das. Die. Wie viele. Die. 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 Was? Ach komm Hm, wo ist der hin? Weißt du, wir treffen ihn und auf einmal verschwindet er. Er ist nicht mehr hier. Gar nicht mehr aufzufinden. Ja. Geht auch nichts los. Nee. Ah. Ach komm, von hinten. Das... Ah, ich hasse die verdammten. Wieso? Einfach nur wieso. Hey, wir treffen ihn dreimal. Dreimal und er geht nicht. Boah. Komm schon. Ich verstehe es einfach nicht. Entweder stelle ich mich gerade so dumm an oder er hat unglaublich viel Glück. So, den haben wir. Ab nach unten. Und hier jetzt nicht runter sondern hoch. So. 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 Ich werde einfach mal Team gekillt. Du killst deinen Kärn vor und was passiert? Mit Team killtest du. Nein. Wir haben einen killt. Deswegen würde uns das jetzt nicht mehr viel bringen. da die eigentliche ziemlich weit sind dann verwechsel ich wieder die Spieler kündel ich wieder einen nicht oder ich kündel einen das hätte er auch gerne mal überhaupt nicht weiter gehts dann nach unten dieses mal ne ab nach oben wieder ach komm von hinten schon wieder ich hasse das verdammt nochmal kann mich so aufregen wenn man einfach von hinten gekillt bleibt ja jetzt bin mir gerade jetzt hat der Bildschirm wieder auf dem desktop fixiert dann warum ein bisschen bleibt es immer noch verstehe ich jetzt nicht ganz aber ok ich finde noch ein paar Küls zu holen oder komm Reben schießen ja irgendwie habe ich mir mehr Gene erwartet L9 ach Gott ja ja die Runde ist eh so gut wie vorbei also von dem her ich meine wenn er schon so schnell auf so einem hohen Level ist wird er den Messerkill auch gleich haben was ist los mit diesem Typ M9 schon wieder ja ich werde auch mal Glück als Verstand hm ja ok also die Runde ist vorbei wir sind wieder einmal 22 ja klar doch ja ja so viel Spaß hatte ich zwar heute nicht mit dieser Runde aber ich hoffe zumindest euch hat es unterhalten und ja ich freue mich schon aufs nächste Mal und lasst mir eine Bewertung hier schreibt mir in den Kommentaren was ich besser machen kann und dann bis zum nächsten Mal Ciao Leute bis zum nächsten Mal